Das Kairo International Film Festival ist ein internationales elftägiges Filmfestival in Kairo. Geschichte Schon 1975 war die ägyptische Filmindustrie die größte in der arabischen Welt. In diesem Jahr besuchte der spätere ägyptische Filmkritiker Kamal El Malak die Berlinale und erkannte den Bedarf, ein vergleichbares Festival in seinem Heimatland abzuhalten. Zusammen mit einer Gruppe weiterer Filmkritiker gründete er 1976 die Kasekunden Kairo International Film Festival. Es war das erste Filmfestival im Nahen Osten. Im ersten Jahr wurden rund 100 Filme aus 33 Ländern gezeigt. Im Wettbewerb liefen 14 Filme aus 14 verschiedenen Ländern. Seitdem liegt der Fokus des Festivals einerseits auf der Stärkung der internationalen Wahrnehmung ägyptischen Filmschaffens und andererseits auf Film. Die schwierige politische und menschliche Fragen aufwerfen war Zad Abu Aouf Präsident des Festivals. Preise und Kategorien Die internationale Jury des Festivals vergibt folgende Preise Goldene Pyramide Silberne Pyramide Beste Schauspielerin Bester Schauspieler Beste Regie Saad-Eldin-Waba-Preis Nagweib-Mafuts-Preis Bester künstlerischer Beitrag Bester arabischsprachiger Film Jene eingeladenen Filme, die außerhalb des Wettbewerbs teilnehmen, werden in den Kategorien Festival auf Festivals, Informations-Section, Retrospektive, Tribute, Special-Section und Film-Market gezeigt, Gewinner der goldenen Pyramide.